Die Kids sehen halt immer nicht die Leute, bei denen es schief geht, sondern die sehen nur die Leute, bei denen es gut geht. Aber dass jährlich Bodybuilder wegsterben, wie fliegen teilweise nach den Wettkämpfen gerade, die harten Steroidkuren sind ja vielleicht noch nicht mal das Schlimme, aber dann die harten Entwässerungsmittel, die du nimmst für so einen Wettkampf oder sonst irgendwas, ist halt nochmal ein ganz anderes Ding.